hallo und herzlich willkommen hierzu let's play call of duty advanced warfare multiplayer wir zocken hier wieder eine runde rock die luzi aus dem free for all raus auf der map retreat und ja ich bin dein dulak schön dass du wieder eingeschaltet hast schön dass du dabei bist hier heißt es ein bisschen mehr konzentrieren nicht ganz so viel quatschen dafür ein bisschen mehr fluchen das ist ein bisschen aufpassen oder einer schon neun kills oder was aber ich komme hier mitten rein oder was ach so ein laufendes game ist ja auch okay Aber hier ist irgendwie nicht nix. Ja, jetzt kommen natürlich zwei. Da siehst du, äh, fünf Stunden lang keinen einzigen und dann kommen direkt zwei, genau der gleichen Sekunde. Oh, jetzt hängst du dir. Aufstieg. What? Wo? Oh, hinter uns. Oh. 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 Oh, nein, nein, lasst mich leben, lasst mich leben, ich weiß nicht, wo ihr seid. Geht denn hier was? Puh. Einmal durchatmen, oh. Ich wollt schon sagen einmal durchatmen, dann landet der Typ vor mir. Ah, du Scheiße, jetzt haben wir uns auch noch verraten. Uh, zwei. Boah, Mann. Da ist doch einer, oder? Achtung! Feindliche Vorräte! Schön abgestaubt, so muss das sein hier, der Dula. Der Abstauber, der Alte. Und wieso? Ich habe mich jetzt nicht bewegt. Feindlicher Raketenschlag kommt in der Drohne über uns! Raketenschlag kriege ich in den. Jetzt sollten wir mal hier weg. Ich glaube, jetzt wissen mittlerweile alle, dass wir da stehen. Wir laufen ja schon wie auf dem Präsentierteller rum, ne? Oh, Aiming! Aiming! Wo bist du? Boah, Hiving, aber viele. Oh, hoho! Oh, hoho! Oh, hoho! Oh, hoho! von oben kommt er runter und sportlich er konnte man nicht gewinnen wir sind mitten im game reingekommen leute mitten im spiel aber aber ich auf jeden fall noch ein paar punkte geholt das war klar ein paar gute abschüsse waren dabei 12 zu 7 ist nicht schlecht kann man nicht meckern also dafür spät reingekommen bin captain rang 34 freigeschaltet ja dann machen wir noch eine runde oder wer bleibt wer bleibt mit denen würde ich gerne mal spielen wenn das ein frisches games gucken wie es läuft natürlich nicht auf meine hasskarte zwei spieler noch so wie haben wir hier den stief der stief der mark samurais die macht er sich vorne drauf hat jetzt mal anhängen braun exo anzug und der grüne weste so dann haben wir den private 69 joker 69 joker mit einem biohazard symbol vorne drauf irgendwas eingeklemmt kabelbinder xxl kabelbinder überall biohazard drauf interessanter helm und die bahl 27 223 voll ausgerüstet und es geht los fiese ist am start mit der bahl 27 obsidian elite krasses teil das wird eine lustige runde mit den typen würde ich mal sagen mal schauen ob oder was wir da holen können auf jeden fall müssen wir die augen offen halten rio thaisers zum glück nicht die andere map die wäre echt eine katastrophe geworden aber hier hier zocken wir ja ganz gerne mal schauen was es gibt ich bin gespannt ich hoffe ihr auch ja die ball wollen ein paar dass ich die ball zocke aber ich habe nur kack balls ich will eine richtige schöne ball haben und dann muss ich natürlich auch noch hochleveln und das mache ich erst wenn ich eine gute ball habe frei für alle atlas ihr habt einsatzfreigabe scheiße scheiße nein da war ich unkonzentriert wo bin ich denn jetzt hier gelandet so hoch ich höre die ganze zeit sprünge ich sehe aber keinen da hat der schub nach hinten gemacht der clevere fuchs habe ich aber auch gemacht das war nicht schlecht von dem schub legt da noch einer auf jeden fall mit in führung und da kommt der schießen um die ecke der sack feindliche aufklärungsdrohne entdeckt was zwei oder kommt dritte das war nicht schlecht gemacht ich hab das Gefühl da kommt gleich einer hoch oh man kommt er nochmal? Tschüssi Tschüssi get up here stand doch einer ich wusste hab ich doch gesehen ich hab hier wieder Schritte ich hab hier was geht ab feindliche Aufklärungsdrohne kommt ich hab hier falsche Richtung boah das Gitter ab jawohl schweig 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 ich habe mich gezögert 18, 18 unentschieden Geh doch da rein, Mensch Oh, nicht getroffen Wer kommt da jetzt? Haha Ich habe gleich keine Muni mehr, 8 Schuss noch So, haben wir mal die Waffe von dem her genommen Aber die können ja gar nicht Adlerauge Und wo kam der andere Schuss her? Ich habe das nicht gesehen Und da oben Wo ist er hin? Fuck Oh Gepennt 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 Oh Leute, was geht ab? Seid nett zueinander Wir gewinnen diesen Kampf Ja 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 Ah Nein Shit Wo ist er? Boah Boah, bin ich nach hinten gesteamt, ey Ich habe gedacht, das war es jetzt Feindliche Angriffsdrohne im Anflug Sieben Sekunden Drei Kills vorne, Leute Ich gewinne, ich gewinne das Scheißding hier Ich gewinn's Ich gewinn's Ich gewinn's Ich gewinn's Fette Action Noch fett nach hinten gesteamt eben Einfach krass Richtig geiler Shit Boah Ich bin fertig, Leute Ich bin einfach nur durchgeschwitzt Richtig heftig Boah Brauch'n Päuschen Der Dula braucht ne Pause Hat mich gefreut 28 zu 9, Leute Das müsst ihr mal aufschreiben 2.800 Merkt euch das, wenn ich mal irgendwann wieder verkacke Äh Ja Noch mal Was bekommen hier Gucken wir mal rein Was das denn ist Elite Ein Elite Boah Doppelte Erfahrung Atlas Aufklärer Schienenbeine Die sehen ja auch mal schön aus Ja Schön, schön MK14 Iger Elite Krass Ja, Leute Ich würde sagen Doppelte Erfahrung Da können wir ausnutzen Da können wir was draus machen Ansonsten Vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns in der nächsten Folge Ciao, ciao Dein Dula